Werden schon angegriffen von einem Wolf. So, mal kurz erkunden. Mal gucken, was wir finden. Hier können wir drei Sachen bauen. Was haben wir denn jetzt? Fünf Siedler, äh, fünf Dorfbewohner, drei Schafe, zwei Holzfäller, einen Speer. Und auch gleich einen Krieger, denn den brauche ich, weil ich Angst habe. Ich fürchte mich vor dem, was da im Wald auf mich wartet. Das muss erst mal produziert werden, wie blöd. Wir organisieren noch ein Fest mal. Hier, komm mal hoch, da kannst du mal da bauen. Lass mich das Stein schon mal abschürfen da oben. So, vielleicht savet er uns ja hier dick Nahrung. Das wäre ja nicht schlecht. Heiler können wir hier oben hinsetzen. Na, und das ist? Oh. 100 Kronen und, äh, Wissen. Gehen wir jetzt erst mal in die, äh, Holzproduktion. Zack, hier einmal bitte Stein abbauen. Die Ländereien fordern es. Ein Haus. Ein Haus wird benötigt. Ich brauche mehr Dorfbewohner. Oh, Alter, was ist da unten denn, ey? Na, so einen Hafen werde ich hier, glaube ich, vergessen können. Na, was haben wir hier? Okay, Winter is coming. Hier haben wir Wölfe und einen Sumpf. Der unbeständige Boden erschwert das Bauen in diesem Gebiet. Also eigentlich nicht zum Siedeln geeignet, aber da ist Eisen. So, wir machen ein, äh, Null in der Nahrungs, äh, ähm, Beschaffung. Dann können wir ja wirklich sagen, komm, wir gehen mit dem noch auf Stein. Dadurch, dass wir unsere Schafe haben, sind wir da nicht so in der Bedrohlie. Ich will aber hier schon mal saven mit einem Turm. Das würde ich gerne machen. Das mache ich auch. Wenn wir mit den ersten Steinen, werde ich auf jeden Fall unsere Schäfchen hoch machen. Und dann haben wir Steinen und ein Feld. Das wird mit dem Eintritt in den nächsten Sommer unser erstes Ziel sein. Das zu sichern. Und die Wölfe kommen. Haut mal drauf da, meine mutigen Kämpfer. Für das Recht. Bäh. Uh, ein Steinkreis. So, jetzt brauchen wir die heile Hütte. Die kommt natürlich auch noch hier vorne mit ran. Februar. Kommen, wir riskieren's. Was können wir denn hier bauen? Wie viele Gebäude? Drei. Das heißt, wir können das Feld bauen, den Kornspeicher und das Stein erst mal. Ähm, Nahrungskostenfängern machen wir erst mal. Und du kannst auch gleich heiler werden. Das ist, das ist ja jacke wie Hose. So, und damit haben wir Sommer. Gehen wir mal in den Kampf. Weil die Steinkreise brauchen wir. Alter, Schwede. Das ist ja nur feindlich, der Rotz hier. Aber hier sind drei Schafe in dem Feld. Zack. Einmal hier runter, bitte. Du kannst schon mal hier ran. Und du kannst auch schon mal hier ran. Die zwei Männer bleiben hier stehen. Die greift auch nur Scheiße an, ne? Das ist der Wahnsinn. Momentan machen wir Minusproduktion. Oh, hier hat einer... Oh, hier hat einer ein Relikt der Götter entdeckt. Okay. Der Bau der Felder ist abgeschlossen. Zack, rauf mit dir auf das Feld. Du kannst auch hier unten helfen. Hier wird nochmal ein Haus gebaut, damit wir hier nochmal ein bisschen vorankommen. Mit Bewohnern. Rattenplagen. Wir haben genug Wissen. Wir rekrutieren erstmal mehr Dorfbewohner. Solange wir das hier noch können. Achso. Wir brauchen ja erstmal... Oh Gott. Müssen erstmal Geld wieder selber herstellen. so, die beiden beten hier schon fleißig mal in Steinkreis an. Der wird schon mal hier runter entsendet. Wenn hier kein Stein mehr zu holen ist, machen wir das Ding auch ganz platt. Was ist das denn? Ein Jotun. Jotun, uralte, mittelalterliche Kreaturen sind friedlich, bis sie angegriffen werden. Wenn ihr es wagt, so wappnet euch gut. Also sie greifen erst an, wenn wir es tun. Sind wir gewöhnlich friedlich. Wenn ihr genug Nahrung mit ihnen tauscht, stießen sie euch vielleicht an. Ah. Ah. Also wenn ich die Nahrung... Ja, ich hab nicht genug Geld. Meine Fresse. So, jetzt gehen wir ins Geld. Das ist Kapitalisten hier. Ah, nicht vergrennen. Verdien mir ja mal Kohle hier. Digri, dich brav in die Gemeinschaft. Hier kannst du auch Geld verdienen gehen. Ich muss unbedingt mal ein Silo rankriegen. Man merkt schon den, äh, ähm, Unterschied mit den Ressourcen. Er wurde verletzt. Die Frage ist davon, was? Was? In September. So, erstmal, jetzt muss Nahrung hergestellt werden. Für den Winter könnte es eng werden mit dem Holz, aber wir haben ja die Schafe, die es reduzieren. Verkaufen habe ich keine Möglichkeiten. Ich hab nicht genug, so wie eben. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Das ist ja schon wieder so ein beschissener Wolfern. Es hapert wie immer am Geld. Er sitzt Tane Grün hat mich eindeutig mit dem Ruhm überholt Schweinerei Zack Neuer Titel Tane Erhöht die Produktionsbonus eurer Festmähler Auf 30 Ich jacke wie Hose Ich hab nicht genug Kohle für Festmähler Wir haben 66 Nahrung verloren Weil wir dieses Verkackte Silo nicht gebaut kriegen 100 Holz kostet mich die Scheiße Arbeitet schneller ihr Maden Gallen